Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ja, die zweite Sendung, ich weiß, die erste, die ich heute aufgenommen habe, war ja eigentlich für gestern. Aber jetzt haben wir wieder frisch gepresste Themen für euch und zwar haben wir Lufthansa. Da gibt es einen Solidaritätsstreik bei der Lufthansa City Line. Dahin geht es weiter mit der Lufthansa, die ein Problem hat mit den Nordamerikaflügen. Um da die Flüge voll zu kriegen, muss man in der Economy Class Preisabschläge machen. Ich erkläre euch warum. Gab da auch heute in zwei Courts, die ich hatte, Fragen dazu. Man hatte sich gewundert, dass dies nur für die Economy Class zutrifft. Dann die S-Bahn. S-Bahn in Berlin, die hat so ein bisschen ein Problem. Die wird nämlich dort abgeklemmt vom Flughafen, vom BER. Aber Gott sei Dank nur temporär. Wir haben dann noch das Thema Ryanair. Die haben Probleme mit betrunkenen Passagieren. Die wollen sie ein bisschen züchtigen, indem es da wohl anscheinend pro Bordkarte nur nochmal zweimal was zu saufen gibt. Wir haben auch einen Passagier, der sich in diese komische Wrapfolie hat einrappen wickeln lassen und wollte da dann quasi mitfliegen. Miami hat wohl auch ein Alkoholproblem. Ich schätze mal, ich weiß es nicht. Gucken wir uns genauer an. Und wir haben wieder einen Deal mit Lufthansa, ein Business Partner Special ab London. Da gibt es einige interessante Ziele. Zum Beispiel 840 Euro, glaube ich, Dubai, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wir gucken uns das genauer zusammen an. Ihr an dieser Stelle denkt wie immer daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like da zu lassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, Kanal abonnieren und Liebe geben uns ist wichtig. Und Kanalmitgliedschaft. Da freue ich mich drauf. Wir starten mit dem ersten Thema. Das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema Vereinigung Cockpit. Und die rufen zu einem Solidaritätsstreik auf bei der Lufthansa City Line. Gott sei Dank betrifft es uns als Passagiere nicht, denn die Lufthansa City Line hat ja nicht nur die Passagiergeschichte, sondern auch die Cargo-Geschichte. Die fliegen die drei, oder die sind es zwei, glaube ich, oder sind es mehr bestellt worden, auf jeden Fall die A321 P2F, also Passenger-to-Freighter-Maschinen. Und die sollen aus Solidarität heute Abend ab 18 Uhr bis 23.59 Uhr Localzeit Frankfurt in den Streik gehen. Ich habe den Flieger selber, oder einen der Flieger in Helsinki landen sehen, fand ich äußerst spannend. Sah halt lustig aus, dass man so einen Lufthansa-Flieger sieht und dann Cargo und dann ist das nur so eine kleine 320er, 321er in dem Fall. Aber das Spannende ist auch hier, dass man natürlich einen Beef hat als Lufthansa City Line. Denn die Lufthansa City Line, die Passagiere merken das ja teilweise nicht, aber trotzdem merkt das die Lufthansa, weil sie sagen, die sind teuer geworden. Deshalb möchte man die Lufthansa City Line Leute auf die Lufthansa Airlines in München, die neu gegründete Firma, bringen. Und da ist es halt so, dass man da bei der City dort denkt, dass man dort Sympathien findet, gerade im Cockpit, aber auch bei den Passagieren, reist also in der Kabine mit den UFO-Leuten. Warum? Weil die gezwungen werden sollen, zur Lufthansa City Airlines nach München zu gehen und da ersetzt zu werden. Aber auch, wo man ein Problem hat, ist, dass man bei der UFO und auch bei der Cockpit, aber die Cockpit sind ja die, die sind die einzigen, die aufgerufen haben, weil bei Cargo gibt es ja keine Kabine. Logisch. Es ist so, dass man dort Angst hat, dass man dort auch als Gewerkschaft ausgebotet wird gegenüber der Lufthansa und die dann die Verdi nehmen, was natürlich auch ein Riesenthema darstellt im Vergleich natürlich dann für die anderen Gewerkschaften, weil die dann um ihre Existenz kämpfen und um ihre Berechtigung. Ich kann halt wirklich nur sagen, dass das Gute ist, dass wir halt in der Kabine verschont bleiben und im Cockpit auf Passagier fliegen, damit man halt wenigstens die Zubringer nicht so ein Bahnerlebnis hat. Ich habe heute wieder einen Kunden, der sitzt in Bochum gerade fest, um nach Frankfurt zum Flughafen weiter zu fliegen. Die Bahn ist echt keine Alternative, also es ist unglaublich. Aber dieser Discover Airlines Solidaritätsstreik ist natürlich etwas, wo man sagt, macht das Sinn? Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Ich frage mich aber, ob das und das ist die Frage des Tages, ob man wirklich Angst haben muss, dass andere Fluggesellschaften in der Lufthansa Gruppe dann anfangen, auch aus Solidarität zu streiken und unser Leben als Passagiere weiter schwer zu machen. Einer sagte ja auch irgendwann mal, Drecksgewerkschaften ist ein Zitat, ist nicht von mir und fühlt sich da dann natürlich benachteiligt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet und könnt ja die Frage des Tages beantworten, ob ihr andere Solidaritätsstreiks befürchtet und ob das Thema nochmal weitere Kreise zieht und ob es überhaupt ein berechtigtes Interesse der Gewerkschaften gibt, uns Passagiere damit da reinzuziehen, weil ich glaube, euch und mir ist es wahrscheinlich egal, mit wem man einen Tarifvertrag schließt. Hauptsache alle sind glücklich, aber unfair ist natürlich auch immer wieder doof. Also kommentiert schön brav hier unten, dass dieser Tarifstreit hoffentlich keine weiteren Kreise zieht. Wir gehen dann weiter auf das Thema mit der Lufthansa Gruppe, die halt das Problem hat, die Flugzeuge voll zu bekommen in der Economy Class nach Nordamerika, also Kanada, USA bis in Mexiko. Das Thema ist halt hier, dass man die Flüge und das hatte ja der Kollege auch in der gestrigen Sendung, hatte ich das zitiert, ja schön gesagt und zwar sagte der Finanzchef Jörg Beißel, dass man die Flüge in der Economy Class nur mit großen Preisabschlägen voll bekommt. Und normalerweise ist das für die Lufthansa ja ein Cashcom, man hat ja die Alliance über den Atlantic, Atlantic Joint Venture, das ist das, wo man ja die ITER raus haben wollte. Und die Lufthansa reduziert ja auch zum Beispiel zum Winter hin sogar JFK teilweise auf einen Umlauf pro Tag von Frankfurt aus, also nur noch einen Flug. Und daran sieht man halt, dass die Passagiere vielleicht andere Optionen haben. Welche Optionen haben sie denn? Sie haben die Optionen bei der Lufthansa dann nicht mehr wie früher, weil man halt nicht mit der Delta, mit der United oder sonst was nach Spanien, nach Italien, nach Griechenland fliegen konnte. Die fliegen da jetzt selber hin mit der 787 oder whatever. Also das heißt, es gibt da genug Flugzeuge und Fluggerät, was diese Sekundärziele in Europa für die Amerikaner erreichbar macht und interessant macht, selber anzufliegen. Das heißt, es wird nicht mehr der Umstieg gebraucht in Frankfurt, in München, in Wien, in Brüssel oder demnächst in Roma. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass das für die Lufthansa relativ problematisch ist. Denn ehrlicherweise, wie ich das heute auch schon gesagt habe, ist es so, die Lufthansa ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, ob ich mit United fliege oder sonst was. Die differenzieren sich da leider nicht genug. Und jetzt kommt die Lufthansa halt auch an und fängt da wieder in Economy Class Getränke an anzubieten auf der europäischen Kurzstrecke. Ist halt für die Amerikaner auch kein Erlebnis. Also das heißt, wenn man da die Möglichkeit hat, mit so einem 320er, 321er Kurzstrecke oder dann mit der Embraer oder in Zukunft mit einem 220er von der Air Baltic zu fliegen, dann fliegt man doch lieber mit Großgerät und fliegt in einer Rutsche durch, so wie wir auch mit einer Rutsche durchfliegen wollen, nach San Diego oder nach Los Angeles, nach San Francisco oder aber auch Dallas, Houston und so weiter. Also das Lufthansa nicht nur Primärziele, sondern auch Sekundärziele anfliegt. Interessant ist ja auch, dass unter den Top 5 Destinations vier aus Nordamerika sind. Das sind Boston, Los Angeles. Dann verließen sie mich wieder. Da muss ich nämlich gleich gucken. New York und Miami. Als Nummer 5 kommt dann Bangkok noch dazu als Top Ziele. sind halt wirklich die vier Top Ziele in Nordamerika, was halt auch irgendwie merkwürdig klingt, wenn man ehrlich ist. Aber Swiss hat etwas weniger Probleme als die Lufthansa, die verschiedenen vollzukriegen, weil man halt nur Primärziele anbietet. Das heißt also, da ist ein kleiner Unterschied. Und wenn wir uns da nochmal verlassen können auf die Aussagen zum Beispiel von der Birnebach, Frau Birnebach, die ja auch sagt, dass man in die USA auch aus geschäftlichen Gründen fliegt, aus der Schweiz heraus. Und die Lufthansa halt da halt ein anderes Kundengemisch anscheinend hat, als die Swiss. Die Swiss hat ja auch gewisse Rennstrecken mit Zürich, New York oder sowas. Das ist halt so ein Bankerbomber, so wie es halt auch Zürich, London ist. Aber in Zoom-Zeiten nach Covid hat man ja festgestellt, dass Zoom anscheinend geil ist oder Teams oder wie die alle heißen. Und die Leute vielleicht nicht mehr so viel fliegen wie früher. Also auch hier nochmal eine Änderung. Wir gucken uns jetzt eine Änderung auch an in Berlin im BER. Und zwar ist es im BER so, die S-Bahn. Und die S-Bahn, ich benutze jetzt ehrlicherweise die S-Bahn nicht so. Ich benutze die S-Bahn zum BER nur, wenn die ILA ist, dann fahre ich mit der S-Bahn. Aber die S-Bahn wird bis zum 8. November vom 14. Oktober angefangen, den Flughafen BER und Schönweide nicht mehr anfahren, weil dazwischen genau unterbrochen wird. Und zwar ist sie so, dass die Berliner Morgenpost gesagt hat, dass es dann zwischen Schönweide und BER dort dann den Bus nutzen können. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass sie von der S-Bahn abgeklemmt sind, sag ich jetzt ehrlicherweise, weil der FEX oder aber auch die RB23 oder RE8, die sind wesentlich schnellere Alternativen. Und das stimmt auch. Wie gesagt, ich habe die Bahn nur benutzt zur ILA, also die S-Bahn, weil sie halt einfach von da, wo die Daimler-Stadion ist, wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall von dem Bahnhof aus einmal in der Rutsche durchgefahren ist. Man muss nicht umsteigen, deshalb war es fast genauso lang. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass ich halt den FEX in Berlin bevorzuge. Auch hier nur als Randhinweis. Ihr könnt ja dazu schreiben, was ihr denkt. Wir haben ja viele aus Berlin zuschauend oder aber auch aus dem Bereich, wie heißt es? Schönefeld. Wir haben jetzt ein Thema, was sich um Alkohol dreht und um Ryanair. Warum? Weil Ryanair hat Probleme mit Passagieren, die alkoholisiert sind. Alkoholisierte Passagiere haben natürlich auch ein Problem, was sie auch anderen Leuten zumuten, weil sie durch ihr Verhalten natürlich auch ein Problem haben. Deshalb fordert Ryanair-Chef Michael O'Leary ein Getränkelimit. Und ja, ihr dürft also nur noch quasi saufen, das, was man euch von Ryanair zugesteht. Heißt also, man sollte nur noch zwei Drinks krinken können am Flughafen. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Alkohol-Limitierung gibt. In Finnland zum Beispiel ist es ja so, dass 2,5, glaube ich, ist die erste und dann nochmal 22 wäre die dritte. Deshalb, ob es da so eine Limitierung dann gibt, aber auf jeden Fall so ist es. Und zwar sagt O'Leary, es ist für Fluggesellschaften nicht so einfach, betrunkene Personen am Gate zu identifizieren, insbesondere wenn sie mit zwei oder drei anderen an Bord gehen. Solange sie stehen und sich bewegen können, kommen sie durch. Erst wenn das Flugzeug abhebt, kommt es zum Fehlverhalten. Kann man so sagen. Also er wollte niemandem die Drinks verbieten, aber wir lauben es, den Leuten nicht betrunken Autos fahren. Trotzdem setzen wir sie immerhin im Flugzeug in 33.000 Fuß Höhe. Ja, ihr gebt ja auch Alkohol aus, wenn er knallt, dafür kriegt. Also ihr macht das ja jetzt nicht aus karitativen Zwecken, dass ihr Alkohol unterstützt. Also das ist ja auch eine krasse Nummer. Emirates zum Beispiel, Manchester war es so, dass da der Alkoholkonsum so hoch war, dass man sogar mehr Alkohol gecatert hat, extra für den Flug aus der Erfahrung heraus. Das Problem, was man natürlich hat, ist, wenn Leute anfangen, Tabletten und irgendwelche Medikamente zu mischen. Das hat immer sehr, sehr große Auswirkungen für Emirates, also für Ryanair, ist das Problem, dass es dort zu Verspätungen kommt. Sagt auch, dass dort Drogen wie Kokain irgendwie mit ein Spiel spielen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe damit keine Erfahrung. Und gerade auch auf Flügen von Irland oder Deutschland gibt es da wohl Probleme. Vielleicht ist das ein Grund, warum er die Abflüge aus Berlin reduziert. Am schwierigsten sei es halt mit den Verspätungen, denn die Leute hängen an den Flughäfen herum und hauen sich mit Alkohol einen hinter die Binde. Und seine Forderung habe keine Auswirkungen auf den Umsatz der Flughafenbars, beteuerte er. Ja, denn die Leute sollen lieber die Zeit mit Kaffee und Tee trinken verbringen. Finde ich auch spannend. Die Gewerkschaft UFO hat gesagt, in der Tat nehmen die Vorfälle mit verhaltensauffälligen Fluggästen der steigenden Anzahl durchgeflügerter Flüge zu. Aber es ist halt nicht die Lösung, dass man den Alkoholkonsum reduziert in deren Augen. Er sagt, wer verhindert, dass sich die wartenden Gast im Duty Free eine Flasche Whisky kauft und sich vor Flugantritt volllaufen lässt. Volllauf mit 3L. Ja, so ist das. Ja, ich muss hier ganz ehrlich sagen, auch andere Fluggesellschaften haben da natürlich eine Erhöhung der auffälligen oder unruly Passagiere. Dass vielleicht das nur die halbe Wahrheit ist, dass das mit am Alkohol liegt, ist vielleicht, dass man vielleicht vergisst, dass es so ist, dass wenn die Passagiere auf so engen Raum, so eng gedrängt werden, ein Flughafenerlebnis auch gerade mit der Sicherheitskontrolle, mit dem Boarding, mit dem Gepäck und mit allem Schnittstack auch kein tolles Erlebnis mehr ist, ist es so, dass die Leute sich vielleicht damit auch betäuben oder mit ihrer Angst umgehen. Kann man ja so sehen. Aber man muss halt den Fluggesellschaften auch den schwarzen Peter zuschieben, wo er ihnen zugeschoben gehört. Und das ist bei den Sitzabständen und auch bei den High-Density-Geschichten. Dann werden die Toiletten wieder kleiner. Also das heißt, es wird alles wesentlich enger und die Menschen werden leider größer. Aber gut, mit meinen 2,1 Meter oder 6,7 Meter bin ich natürlich auch etwas aus der Art geschlagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch zum Beispiel eine Geschichte aus Amerika, das war auf irgendeiner komischen CAJ oder was das war. Die heißen jetzt nicht mehr Bombardier, sondern Mitsubishi. War eine Dame mit ihrem Support Animal, ich weiß nicht, was es war. War auch etwas fülliger, saß da auf dem Platz und sie quoll über den Sitz. Und dann musste ein Passagier quasi downgegradet werden, weil sie offensichtlich nur einen Sitz bezahlt hatte. Da zwei Sitze brauchte auch für ihren Hund, glaube ich, war es oder was es war. Und daran sieht man halt einfach, die Sitze sind für manche Menschen einfach nicht mehr gemacht. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Leute da so aggressiv reagieren. Gehen wir doch nochmal hin und gucken uns das Thema an, zum Beispiel mit den Sitzabständen. Da machst du einen Sitz, auch wenn er nur minimal nach hinten geht, dann hast du das Gefühl, dass du ihn direkt in der Fresse hast. Und je nachdem, wie deine Augen sind, kannst du es auch nicht mehr sehen, weil auf einmal der Monitor zu nah ist. Monitor ist übrigens dein Handy in dem Moment. Also das heißt, das sind doch die Gründe, die da wirklich mit sind. Wenn man da wirklich wesentlich mehr anfangen würde zu differenzieren, man kann natürlich auch böses jetzt sagen, rein, er nimmt halt Preise, da kann halt jeder mitfliegen, würde ich aber jetzt nicht so einfach sehen oder sagen. Ihr könnt unten nochmal schreiben, was aus eurer Sicht die Gründe sind, warum die Leute immer aggressiver werden in den Flugzeugen und auch immer mehr Probleme bereiten. Und zu Merkwürdigkeiten neigen. Also da könnt ihr dann die Frage des Tages auch beantworten, sollte der Alkoholkonsum vor Abflug limitiert werden. Schreibt es unten rein. Abgesehen davon, wenn Leute einen Launchpass haben, Prioritypass, und gehst mit rein in den Prioritypass irgendwo in die Lounge, gibt es auch Alkohol. Wie willst du es dann kontrollieren? Wir gehen jetzt auf ein Thema, das auch einen bekloppten Passagier zeigt. Und da, ihr seht es selber an dem Bild, da kannst du halt nicht viel zu sagen, beziehungsweise an dem Video sogar. Da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Und dieser Kollege in Miami Airport hat jemand anderen mitgebracht zum Flughafen und wollte mit der LATAM dann nach, wohin wollte er denn fliegen? Weiß ich jetzt gar nicht. Und hat ihn dann auf der Gepäckwaage platziert und hat gesagt, dass dieser Mann, der in dieser grünen Plastikfolie ist, wie ihr seht, was man normalerweise nimmt, um Koffer einzuwickeln, bekloppt, oder? Also da fällt mir nicht wirklich viel ein, dass man ihn dann einchecken wollte. Nun gut, aber dann hat die lokale Polizei natürlich eingeschränkt und gesagt, nee, nee, das geht nicht, also ihr müsst da jetzt raus und dann nochmal einchecken. Vielleicht war es ein Gett, ich weiß es nicht. Aber es ist halt schon bekloppt, auf welche Ideen die kommen. Und man muss halt wirklich gucken, dass man natürlich da überlegt, denn es haben ja Leute schon mal Bierkisten oder aber auch Deodorantflaschen, die nicht durch die Security kamen, gelten ja auch wieder die neuen Regelungen, die man da dann durchbekommen hat. Also hier gibt es genug Dinge, wo man auch sich echt fragt, was in den Leuten vorgeht, wenn sie sowas einchecken. Aber es ist halt so, man kann keinen Menschen da in Cargo bringen. Auch Tiere ist ein Problem, weil das Cargo ist halt nicht immer geheizt, beziehungsweise auch nicht immer halt in einer, so dass man halt darin überleben kann, rein theoretisch und praktisch. Heißt also, ist keine gute Idee. Okay, jetzt können wir natürlich sagen, dieses Wrapping ist auch keine gute Idee, weil das ist auch so eine bekloppte Sache. Ja, kann man so sehen. Ich persönlich halte auch von dem Wrapping nicht viel, aber für viele, die nach Südamerika fliegen, gerade halten von dem Wrapping viel, weil sie Angst haben, dass denen irgendwelche Scheiße in die Koffer gesteckt wird von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie in Südamerika wieder abgeholt werden, besonders auf dem Rückweg, wenn es um Drogen oder sowas geht. Denkt mal drüber nach und ihr könnt auch unten nochmal Gründe schreiben, was es dort an Gründen gibt, warum man das Gepäck einwrappen sollte. Ich persönlich mache es nicht. Ich schließe es ab, aber es ist halt auch wirklich, ja, für mich ist, wie gesagt, für mich nichts. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir sowieso haben wollten, und zwar Lufthansa Business Partner Special. Und da gibt es jetzt diesen Business Special, und zwar nachdem es jetzt auch in UK Abflüge gibt, nachdem man in Schweden und Norwegen das Ganze hat. Ich glaube, das ist sogar in Norwegen beendet. Und diese Aktion in England geht bis zum 3. September. Da könnt ihr die Fluge buchen. Ziele sind dabei zum Beispiel, wenn man sich das dann anguckt, Dubai startet mit 840 Euro. Johannesburg 1232 ist also immer bei mindestens zwei Personen und sind die Preise pro Person, nur damit ihr es wisst. Wichtig ist auch hier, natürlich, man kriegt diese 200 Punkte plus die 40 Punkte Connecting. Rio de Janeiro gibt es dann auch nochmal ab 1248, 1372 gibt es Bangkok, Seoul ab 1372, Singapur ist aber ein bisschen teurer, 1645. Wichtig ist halt, dass es immer zwei oder mehr Passagiere sein sollen bei dem Deal, buchbar bis 3. September. Sieben Nächte ist Mindestaufenthalt, maximaler Aufenthalt ist zwölf Monate. Umbuchen nicht möglich, Schornierung nicht möglich, Reisezeitraum ist bis 30. Juni 2025. Und die Buchungsklasse ist P wie Paula. Aber wie wir ja wissen, macht es keinen Unterschied mehr. Zumindest nicht für die Statusmalen, was man damit machen kann. Ihr könnt hier schauen, ob das eventuell ein Deal für euch ist. Wir gucken uns jetzt an, was wir noch als Fragen des Tages haben. Denn die Fragen des Tages sind ja spannend in meinen Augen heute wieder. Denn einmal natürlich die Frage des Tages, ob ihr Angst habt vor diesen Solidaritätsstreiks innerhalb der Lufthansa Group, dass wir davon als Passagiere dann irgendwann betroffen sind. Und die zweite Frage ist, sollte man den Alkoholkonsum vor Abflug limitieren? Ich hatte ja schon meine Ausführungen zu beiden gemacht, aber ich komme nicht drum herum, noch mal darauf hinzuweisen, vielleicht ist wirklich der richtige Weg, vielleicht nicht so viele Passagiere in so engen Raum zusammenzuklatschen und da dann halt mehr Reihen reinzutun. Vielleicht sollten wir wieder zu der alten Zeitung kommen, wo man ein bisschen mehr Platz für alle hat. Also zwei Reihen wieder raus aus der Lufthansa 320 oder 21 oder so. Ihr könnt unten kommentieren, ihr könnt den Kanal abonnieren, ihr könnt die Glocke machen, ihr könnt ein Like da lassen, ihr könnt mich persönlich anschreiben, hier unter der Rufnummer. Da seht ihr ja, wie er mich erreicht. Und unten ist ein Show-Notes auch, glaube ich, nochmal hinterlegt. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt an den Kanal zu unterstützen, Kanalmitgliedschaft. Und ich gebe euch, wie immer an dieser Stelle, den Abspann. Also bis dann, ciao und bis morgen in alter und frischer. Bis dann, ciao und bis dann. Bis dann, ciao und bis dann. Bis dann, ciao und bis dann.